Was macht eigentlich ein Anlagenmechaniker oder Anlagenmechanikerin? Sie sind die Experten für die Installation und Wartung von industriellen Anlagen und Systemen. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Produktionsindustrie, indem sie sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert und die Anlagen optimal betrieben werden. Zu ihren vielfältigen Aufgaben gehören die Installation und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen, die Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten, die Diagnose von Störungen und die Fehlerbehebung. Sie sorgen auch für die Einhaltung von Sicherheitsstandards und dokumentieren Arbeitsabläufe sowie technische Daten. Anlagenmechaniker sind mit ihrer handwerklichen Geschicklichkeit und ihrem technischen Verständnis unverzichtbar für die effiziente und reibungslose Funktionalität industrieller Anlagen. Wenn du Interesse an einer Karriere in der Industrie hast und gerne mit Technik arbeitest, könnte der Beruf des Anlagenmechanikers genau das Richtige für dich sein.